hallo und herzlich willkommen bei johnny's on play leute hier bei miscreated mit eurem pnl und euer polter ja seit letzter folge wisst ihr ja ich wurde eiskalt umgebracht jetzt zeige ich euch mal was kommt mal mit hier da ist einer der wichser mit mit dem lila oberteil meinte pnl pascal gestern war einer auf jeden fall von den dreien mit lilan t-shirt unterwegs johnny wir müssen wenn das wirklich einer derer ist ja müssen wir weg aus dem haus raus hat der rex brauchen wir die nehmt immer die bandagen mit nimmer mit oder soll ich mitnehmen mir ist egal ich musste eh noch sachen geben du never player is too close dh weil ich meine namen tschuldigung tschuldigung ich habe schritte gehört ich habe schritte gehört ne andere schritte von 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 hier von da so ich gebe dir jetzt erst mal sachen hast du viel platz ja man kann keine helligkeiten spielen was kannst du man kann keine helligkeit ändern ändern ich glaube nicht nein ja komm rein okay 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 du hast uns erschrocken du hast uns erschreckt man du hast uns erschreckt man mein t-shirt ist meine waffe alles gut alles gut alles gut wir sind selber ängstlich wie die häschen glaub mal wie bitte ich sag wir sind selber ängstlich wie die häschen er ist auch echt dunkel hier ja deshalb ja dieses scheiß dunklen gedöns das ist echt kacke brauchst du denn irgendwas zu trinken mäßig oder so wie bitte brauchst du was zu trinken essens mäßig ich habe alles danke ich habe gerade einer in den chat geschrieben man waiting please waiting please oh vorhin kam hier auch ein anderer spielerein warst du das zufällig ne ne also ich kam hier gerade reingelaufen hat die auf mich geballert hat ja hier war noch warte komm komm mal mit komm mit hier der hier mit dem lila t-shirt gehört der zu dir nee was also du kommst ein bisschen abkackt rum ich sag gehört der zu dir ich bin alleine ach so ach so okay ich hab dich mal geheilt habe ich dich angeschossen ja ich habe nur noch 59 leben das war wirklich so eine reaktion weißt du so oha da kommt einer so gleich schießen ja ich wurde gerade umgebracht beim airfield unten ist er viel viel los frage ich mal ist da viel los ist da viel los ist da viel los eigentlich nicht so der nachmittag hatten wir da so ein bisschen krach aber oder kennt sich ja aus ich glaube seine freunde warten ich mir ja wir wollen auf jeden fall weitergehen irgendwo noch hin wo wir noch nicht waren wir waren hier in der stadt eigentlich schon ziemlich unterwegs also wollen wir weiter ziehen irgendwo hin mal gucken aber airfield haben wir noch nicht genug am besten hin ich weiß gar nicht sind wir jetzt hier in diesen sultan nene wie heißt denn das örtchen hier ich glaube nee das ist der sultan ja auf jeden also wir sind glaube ich ziemlich nah bei mir pass mal auf johnny johnny ich bringe ihn jetzt um alter ich habe jemand fahrrad weißt du warum ich glaube ihnen nämlich nicht ja aber das bringt ja nichts wenn wir jetzt wenigstie freunde gleich kommen einfach wir müssen abhauen wir müssen abhauen wir müssen einfach so jedenfalls werden wir weiter ziehen ich weiß noch nicht genau wohin ich glaube ja zu 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 ja ist das ja sultan sultan wenn wenn da noch ein bisschen um die gegend unsicher machen mal wie nah der kommt ja man irgendwie ist dem wenig ganz so spekt naja die auch haust du denn ich trau dem nicht guck mal wie du uns nehmann guck dir den an der ist rattig und der ist richtig rattig guck dir den an da hin ja ja komm wir gehen hier irgendwo runter oder so am besten da wo uns keine schwein sieht guck mal hier ist doch gut hier am baum siehst du mich hier ja hier bist du hier hinter dir hinter dir da ja macht licht aus genau so johnny so was brauchst du denn ich kann dir eine pistole geben mit sieben schuss wenn das bringt ja hier ich dropp die pistole jetzt müsste magazin mit drin sein du müssen du alter ich stehe doch genau vor dir liegt nix andersrum hier lang geradeaus jetzt hier alter hier bin ich ich bin mir so dunkel hier unten weiter warte warte hier guck mal guck mal hier hallo hier guck mal da da ist die waffe guck da die spielt bei mir alter ja 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 nimm sie hab sie die ist aber geladen schon ne ich glaube ja oder guck mal ich kann das nicht sehen alter ob die geladen ist oder nicht na hast du die oben drin in secondary ja ja dann musst du rechts auf der seite gucken auf 9mm pistole ist kein magazin dran ja denn hier warte hier ich droppe jetzt wo das noch habe ich das auch noch das auch noch was hier irgendwo genau vor dir irgendwo hatte ich selber nicht da hier vorne hier vorne muss runter gucken okay jetzt habe ich zwei magazine dafür einmal zehn einmal sieben glaube ich ne einmal sieben einmal fünf ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und johnny ich habe nur noch zwei schusse meiner shotgun durch die aktion eben gerade brauche ich habe nur noch essen trinken irgendwas ich habe sehr viel ja ich habe nichts du ok ja dann komm her hier ich droppe alles hier vor dir gönn dir auf jeden fall hier johnny so reicht es im ersten schwein lassen ne warte hier vorne guck mal hier 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 unten ja da unten den hast du aufgehoben ja reichst du hast alles ne ok sehr gut müsste eigentlich reichen oder ja ok wenn du noch irgendwas brauchst hab bescheid ne guck mal meinen rucksack an alter guck mal wie der ist voll dick ne ja voll riesig hab ich mich gefreut so lass mal am besten über die brücke abhauen ja ja müssen jetzt aufpassen alter so jetzt ich glaube wir gehen zur stadt wo wir noch nie waren richtig ja wo haben wir es eigentlich jetzt im server ich weiß das nicht woran kann man das sehen weiß es nicht ich meine ich habe es nur irgendwo gesehen ok ich war ja heute in einem anderen server ne weißt ja ne und der tornado da also ich glaube wenn man wenn man unter dem tornado lang geht ist man wirklich down ja ja würde ich würde ich sogar sagen dass man dann sofort down ist weil der hat alles weg gemäht alter das sah richtig geil aus so warte mal hier ist voll die kreuzung schreibt eine area hallo ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe pavl keine ahnung wer das ist ist mir auch egal wir wollen zu dings warte mal was ist da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein cine park ist da und was ist da hinten das links ist cine park also da wo du gerade bist ja ich guck mal was da ist ich habe nur eine schotty alter also du musst distanzangriff auf jeden fall machen falls jemand kommt da cine park woodhaven ja wir wollen nach woodhaven oder komm lass geradeaus komm ich stecke ich stecke meine meine wumme mal noch weg verfolgt uns auch keiner ob nicht ich glaube auch nicht weiter aber gleich am anfang der der folge wieder action gewesen ja ja heftig ja ja ich habe gesehen gerade du hast gerade so so voll so hinten steht noch ein schild aber ich warte auf dich direkt so eine action am anfang ja krass ne fand ich cool vor allem habe ich dem typen gerade wirklich nicht geglaubt so ich bin da wir haben viele schlechte erfahrungen gemacht auch mit anderen spielen survival games und so ne ist glaube ich nur ist glaube ich gut dass wir sowas haben so angst vor leuten also respekt gehörigen mir kam es vor dem so vor als wenn er uns noch nicht halten wollte ja ich glaube auch glaube auch ich glaube das war sein kumpel du den ich da abgeschossen habe und der andere der wollte jetzt bestimmt wiederkommen warum der gerade da in den laden von uns reinkommt obwohl ich den anderen da getötet habe oder schon komisch ne oder frauen der freund der freund der muss aber auch pissig gewesen sein ich meine der kommt zu mir an und sagt nichts weißt du ist doch normal dass ich in der schieße normal ist mein zweiter kill ob ich darauf stolz sein kann irgendwie wird es bei mir immer dunkler man es ist sehr dunkel ja du hast recht aber wir müssen ja so unterwegs gehen sonst kommen wir ja nirgends waren ja wir müssen leider was steht auf dem schild sind wir richtig ja mann sultan und woodhaven rechts ok lol jetzt gehen jetzt gehen wir wirklich zuerst nach sultan so wie ich das den typen gesagt habe oh mein gott ja ich glaube wir müssen gleich durch nach woodhaven oh gott jetzt ist es extrem dunkel ja extrem weißt du was ich unbedingt noch sehen würde in dem game warte dann regeln oh ja ich auch was ist eine gute idee so voll ich habe auch noch ein bisschen munition für so andere waffen aber die behalte ich erstmal noch ne bis du die waffe gefunden hast da gebe ich dir natürlich ab alter was da hinten ist das ein schild oder was ist das was ist das ja was ist das das ist ein riesen schild das ist ein eingangsschild wahrscheinlich nordseingang sind wir in sultan nee hier ist noch nicht sultan erstmal hinten lang da ist was ok ich komme das ist ein lagerfeuer oder so oha da vorne ne ja ja hier ok ich zieh die waffe sicherheitshalber zieh du auch ja ab ist besser ist hier was drinne denn oh lol wie soll man denn da kann man gar nicht rein ne ne kann man nicht ist bullshit hier weg hier ein zaun alter ach da du bist auf der anderen seite vielleicht will in den zaun noch gehen alter du bist voll eingesperrt was ist das hier alter geil kommst raus ja bis draußen ich weiß gar wo die straße war hier vorne hier vorne lassen wir werden uns später auch denke ich mal eine base bauen war ja aber ich weiß noch nicht wo erstmal gehen wir alles erkunden und ein paar leute umbringen nicht viel geiler erstmal ich hoffe dass es auch schnell tag wird ja weißt du wovor ich angst habe in dem game obwohl ich ist wirklich noch nie gesehen habe also autos wenn die kommen und dann überfahren hast du ja auch arschkarte ja schon wolfsherden geben ne echt worden so von denen cool und zumindest seine patches wenigstens einer der sich das durchliest also ich hab ich muss sagen ich habe noch nie wolf gesehen hier ne ich auch nicht da vorne geht es da ja da fängt es an oder ja aber eine karte wäre hier nicht schlecht noch gar nichts ach so links von uns ist auch nichts ist auch nichts da hinten ist etwas da hinten siehst es ich glaube es ist eine tankstelle eine tankstelle ist eine tankstelle ist noch ein loch ja wo du letztens mal reingelaufen müssen busch waren aber auf einmal der boden wechsel ein bisschen reingefallen ach so ja 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 oder da war ich erstmal weg da vorne ist niemand glaube ich nicht aber ich ziehe trotzdem eine waffe sicherheit geht vor oder ja scheiße man sieht man doch gar nicht kommt jetzt nicht hier drüber oder wo wirst du da kommt nicht über nicht über so beschissenen zaun alter nicht dein ernst oder kommen alter muss doch hier rüber kommen sprinte sprinte und sprinte springen da kommst du hier rüber ich glaube es wird heller du meinst du oh gott oh gott ekelhaft zu fliegen hier gucken was hier so abgeht hier geht nichts ab du hast du was ja hier irgendwie finde ich gerade nichts aber nichts dickes guck ich wieder verkehrt ja war schon wurde wahrscheinlich gerade gelootet oder vorhin wäre gut wenn die jetzt abhauen wenn wir gerade ankommen weiß mhm oh warst du hinten im lager ja war nichts läuft da ja hier ist nur öl aber öl brauchen wir nicht ja wir wollen ja kein auto umgang setzen jetzt erstmal noch nicht was ist das thunfisch na komm johnny dann lass weiter bist du das hier ja ja bin ich hast du eigentlich auch eine maske auf ja ja und ich jetzt im dunkeln so gar nicht erkennen es soll mal tag werden ganz ehrlich am tag ist es eigentlich viel besser man kann halt viel mehr sehen aber ich glaube es wird echt heller du nicht ich weiß es nicht für mich hat nichts geändert na vorhin war es irgendwie extrem dunkel auf einmal das war krass könnten ja wenn wir gleich den cut machen mal kurz ausloggen mal gucken wie viel uhr ist es ja genau oh jetzt wird es noch dunkler oh bei mir ist es noch dunkler geworden hab sogar schwierigkeiten dich zu sehen johnny das ist ein geräusch hier ein fluss ach ein fluss ich wollte schon sagen was ist das denn ich habe ich habe voll schreck bekommen gerade woodhaven nice woodhaven ist ja zig kilometer weg alter hoffentlich lohnt sich das geränne nicht so weit bin ich ja wirklich noch nie gerannt in diesem spiel warte mal links links ist was johnny guck mal so eine farm oder was ist das was ist das das ist so ein dick ist so ein großes haus ne jajaja wollen wir mal hingehen ja abgucken geh du mal ins rechte haus ich geh ins linke ok ist der rechte auch so groß ich weiß das nicht ne rechts ist nur so ne scheiß lagerhalle na dann kommen wir auch ins linke rein pass mal auf und im rechten sitzt nachher das overloot ja so ich bin jetzt mal nicht davon überzeugt dass hier leute drin sind ah hier wieder das geile graffiti kennst du noch ja oh spark plugs hier am start also loot ist hier hier ist ein hoodie oh geil den hoodie konnte ich aufsetzen glaube ich ja nochmal ich mach das mal weg ich nehme den hoodie ist besser so der hält mich wärmer nicht könnte sein ja wow ich denke mal jetzt mal funktional bist du in der zweiten etage ja ok dann gehe ich in die dritte dann geben wir uns nicht an eine klöte sag mal wo ist denn hier die dritte etage oh ich guck mal ja warst du nicht in so einem haus hier auf dem airport wo wir nicht aufgenommen haben und hast ne waffe gefunden ja aber nur ein crossbow so kacke aber mit crossbow wurde ich schon bis zur hälfte runter geknallt der typ in der ersten folge hat auch eine crossbow glaube ich hatte ich mich doch noch erschrocken weißt du ja ne karotte dein ernst ja sonst relativ scheiße hier sackkasse auch was war das hast du das gehört was denn war das vogel oder was ist das gewesen wo bist du johnny ich bin noch auf dem zweiten stock ich gehe jetzt mal raus wieder unten ok ich würde sagen dass wenn ich noch einer wäre man wenn du so das steppst wenn ich steppe ne ja ich hoffe nicht dass da hier jetzt noch einer irgendwo ist du warst du auch ganz oben ne ich suche hier gerade noch oben ab vielleicht haben wir glück wo ist das soll ich mal in die lagerhalle gehen soll ich mal in die lagerhalle gehen ja geh mal geh mal geh mal such mal ab lol hier kann man ganz hoch ich bin auf dem dach ja ja ich bin auf dem dach drauf ich guck gerade nach lu schade aber hier liegt nichts und hast du was gefunden ich kam bis jetzt noch nicht mal da rein ach da unten siehst du mich? guck mal hoch ich bin jetzt im lagerhaus erstmal drin ok na ich komm dann schon wieder runter hier ist ja nichts schade schade dass hier nichts ist hier ist bloß Bürokacke mehr ist hier nicht hm no no bullshit ja ok diese zwischenstation brauchen wir wohl nicht benutzen sind relativ loot rar ja war nix ja dann lass wirklich ähm nur die oh ein soda wow ich nehm zurück hier gibt es sodas krass ey was ist das? radieschen ok mc mc coffee hast du einen coffee gefunden? mc bist du drinnen, johnny? hast du gehört? mc coffee mc coffee? klingelt denn deine birne nicht, ne? klingelt denn deine birne nicht, ne? schwung mc 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 Vielen Dank.